Willkommen zurück zu einer neuen Folge Medal of Honor, wo sind wir eigentlich? Pakistan, da sind wir, richtig! Ein Schuss, ein Vogel! Er ist ab! Ach! Schupp! Schuppen wir hin! So, schupp! ist hier noch irgendwo einer ja und jetzt gut ja wie immer vor nicht gut hier sicher nach oben los du sagst gesichert ich glaube steht ja noch lange siehste ups ja nein ach verdammt und da habe ich nicht gesehen scheiße super das hast du ziemlich gut gesichert wir müssen das räumen so so dann die jungs können wir mit munition hallo ja der war zu schnell ja geh du mal vor wo wo das ist 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 Hier? Ja. So. Ja, Ton. Brauchen wir nicht. Das ist die leiseste. Weißt du, die leiseste. Alter, ich habe noch gehabt. Boah. Ich vergesse auch immer unten hinzugucken, wie viel das denn. Ach. Verdammt noch mal. Och, nö. Boah, wie asozial. Heute, wir sehen uns an der Tür. Wir kommen zurück. Da, sind wir an der Tür. So, jetzt aber. Ich habe Bock, den Scheiß noch mal zu machen. So, und jetzt. Türknopf-Sprengsatz. Ich bin doch immer der Arsch, der vorgehen darf, ne? Immer. Immer dasselbe. Boah. War schon wieder so knapp. Scheiße. Voodoo, hier gibt es jede Menge Widerstand. Wir brauchen euch Jungs hier draußen. Ich komme. Fünf Uhr. Richard, wir haben es gleich. Bleib bei mir. Mehrere Ziele. Gebäude. Ziele. Tief. Wir warten uns, Voodoo. Nimm ihn einfach einmarschieren. Wird's unschön. Ey, was ist mit dem Roboter? Maker 5, setz den Roboter ein. Richard, du steuerst den Roboter. Ja, natürlich. Wer sonst? Scheiße, wie möglich aus. Dann drücken wir vor. Los über die Brücke. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal nicht wusste, was da jetzt los ist, ne? Ich dachte, das wäre ein Kampfroboter. Ja. Geh durch die Hütte. Schieße den Weg durch die Tür frei. Voodoo, die Jungs schicken Verstärkung. Wir sehen sie. Ach, das Ding. Nee, ich weiß nicht. Scheiße, ich weiß nicht. Ja. Allei. Ich sí. Ja. Es ist ja, ich weiß nicht. die nervst ich bin ja voll unzerstörbar mit dem ding wie so ein eindruck jetzt hier weiter ich muss doch den typen da oben noch erwischen da soll ich hin na gut wir finden ok wir müssen schnell sein jetzt wird schmutzig kein roboter mehr vorwärts recht sichern links sichern klingelt hätten wir nicht mehr viel zeit egal kleriker ist hier wir werden nicht ohne ihn gehen das mischt kacke Nein! Jedes Mal! Da ist noch einer! Fuck! Da ist noch einer! Fuck! Ich brauchte Munition. Truck! Da kommt er! Haltet ihn auf! Oh! Leute, ich seh da keinen. Die Kanonier. Hallo? Achso. Wir gehen was im Krieg. Oh, ich hab voll drei Headshots verpasst. Frinkcher! Anders geschützt! Ach! Ach! Wir gehen rein! 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 Wir gehen rein 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 rein! Leute, der Part ist schon wieder vorbei. Es ist wahnsinnig, wie schnell die Zeit vergeht. Das sehe ich jetzt schon wieder. Leute, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.